Wir verlassen heute die Insel Jotwerde, denn ich glaube doch, unser Abenteuer ist vorbei. Willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Ja, das ist ja eine schöne Insel immer noch, aber die ist auch nicht mehr so viel los wie damals. Obwohl schon damals war nicht viel los. So, ich wollte ja mit euch heute die Fotos versuchen zu machen und dafür brauchen wir erstmal den Pfad des Helden. So, ich komme jetzt auch wirklich in der Himmelskarte sichtbar. Ich meine, wir haben ja schon alles aufgedeckt, was ganz cool ist. Und wir suchen halt explizit diese Dinger hier. Diese Inseln, ne? Die wollen wir jetzt finden und der Pfad des Helden wird uns die zeigen, wo wir schon mal waren. Und dann markiere ich mir alle anderen und gehe die einfach ab. Cool, es dürfte nicht mehr viel fehlen. Warte mal, laut Tagebucheintrag, das war ja hier so ein Episoden-Ding. Der Hyrule-Handbuch, ne, die Suche nach der Wahrheit, genau, hier. Ah, ne, bei den Stellen. Ja, das würde ich ohnehin nicht machen. Darum solltest du dich gemeinsam mit Pien bei Stellen umhören. Ja, wie viel haben wir denn schon gemacht? Ja, okay, egal. Also hier, zwischen die Nachricht aus uralter Zeit. Mache Fotos von den Steintafeln. Ne, verbleibende Steintafeln, acht Stück. Okay, gut. Na dann, Pfad des Helden, leg mal los. Oh! Okay, Alter, guck mal, wie wenig ich davon erstmal benutzt habe. Alter, wo wir schon überall waren. Und ihr könnt mir das alles sehr richtig, Untergrund, Obergrund, alles angucken. Cool. Also dann, mal schauen. War ich denn schon mal hier? Nein, hier war ich zum Beispiel noch nicht, ne. Also wird das mal markiert. Mit, äh, ja, einfach so, dass ich da nochmal hin muss. Ja, das ist auch geil mit dem Pfad des Helden. Oh, das ist doch richtig cool. Guck mal, hier war ich schon. Also ich glaube auch wirklich, wo ich schon überall war, habe ich auf jeden Fall fotografiert. Ne, das wir sehen noch. So, deswegen lass mich mal ganz kurz gucken. Ja, das sieht auch alles so aus, als wären wir schon überall gewesen sein. Ich müsste halt nur noch... Ach, was hat er denn hier gemacht? Ach, warte, aber hab ich hier nicht? Ach, warte, was hat er denn hier gemacht? Ach, ja, hab ich auf Schienen lang gefahren. Das war ja mit Yunobu, das Bettel. Ach, diese Erinnerungen. Kommen alle wieder hoch. So, da war ich drauf. Ich kann aber ein bisschen rauszoomen. Ich sehe die ja trotzdem an der Form. Müssten die ja gut zu erkennen sein. Oh Gott, ich brauche acht Stück. Ja, wo sind die denn? Äh, hier ist noch eins. Aber wie komme ich denn da hin? Na toll. So, markiert. So, noch sechs Stück. Sechs fehlen noch. Mhm. Mhm. Oh, der Held des Faden. Der Pfad des Helden ist doch geil. Kann man alles sich angucken. So, warte, hä? Wo sind die denn? Ich meine, ich meine... Nee, die sind doch wirklich alle oben. Geht ja nicht anders, ne? Ist hier noch irgendwas? Nee, hier sind wir auch schon rumgerannt. Alles gemacht. Labyrinthe hier, Labyrinthe da. Oh, achso. Oh, hier ist noch eins. Oh, ist ja fies, ey. So, dann war ich hier auch noch nicht. So. Okay, dann muss ich wohl doch ein bisschen näher ranzoomen. Auch mal an größere Inselstrukturen. Ähm. Ach, hier ist das ja schon markiert. Ach, die sind ja sogar markiert. Da muss ich den Held des Faden gar nicht machen. Guck mal, da wo ich ein Foto gemacht habe, ist das ja schon... Oh, mein Gott, ey. Was ist denn los, ey? So, das ist natürlich jetzt hier ein bisschen fies hier, wenn hier was untereinander ist. Oh, aber hier ist ja das letzte. Hier ist diese letzte, wo ich dann so das Aeroset kriege. Hm. Hm. Sieht hier was wieder so aus wie die Shape. Da wollen wir nie... Die... Die Zeremonie, Mann. Zum Runterfallen. Ihr wisst schon. Okay. Aber sonst hier nix. Nix. Äh. Ach, guck mal, wenn... Ne, wenn hier nicht die Steintafel ist, dann habe ich hier das auch noch nicht gemacht, ne? Sehr gut. Schön zu wissen. Okay, also das haben wir... Oder ist es bloß noch... Ne, ich habe ja auch schon alle Fotos abgegeben. So, die Hälfte ist markiert. Wir haben jetzt vier Stück. Vier Markierungen gemacht. Ne, da sind die anderen bestimmt nicht weit, ne? So, da haben wir noch was. Das ist schon markiert. Was ist denn hier oben eigentlich? Na, hier ist das Startgebiet. Da wird nichts sein. So, hier haben wir doch noch was. Nummer... Äh, Nummer 5. Ja, so. Sorry, kann das ein bisschen dauern, aber dadurch trotzdem sehr, sehr schnell. Anstatt alles nachzugucken. Hier haben wir noch eins. So. Ja, sechs natürlich. Es ist noch zwei. Hier sieht es ein bisschen konvolutet hier alles aus. Aber ich glaube, das ist auch nur der Weg zum Tempel ja gewesen. Da ist nichts. Was sind das hier eigentlich? Oh, hier. Was ist denn das? Also, das ist ja das, was... Warte mal, das ist abgestürzt, ne? Heißt das deswegen, dass ich... Warte, das hier, da... Ne, das war hier weit nicht. Ne, stimmt, hier war ich ja gar nicht. Aber warum ist das nicht so komisch? Warum ist das nicht so... Warum ist das nicht hell? Wie die anderen Dinger? Ja, aber bestimmt, weil Jans weit oben ist. Ja, okay, gut. So, dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ja, eins noch. Eins noch. Gleich haben wir es. Gleich haben wir es. Hä? Ich finde es schon. Wo bist du? Wo ist denn die nicht markierte Stelle? Na, wo ist es? Na, komm schon. Ah, hier. Oh, richtig fließ versteckt. Guck mal, hier war ich anscheinend auch schon, aber habt ihr anscheinend kein Foto gemacht. So, da müssen jetzt alle gewesen sein. So, ich mache kurz den Pfad des Helden wieder weg. So. Oh, man kann sie sich nicht ja sogar so richtig abspulen lassen. Wie cool. Ja, da... Okay, das ist ein cooles Feature. Natürlich haben wir jetzt nicht die Zeit... Die stauben, die stauben. Natürlich nicht die Zeit, den ganzen Abenteuer nochmal zu verfolgen. Ja, das ist schon geil. Das ist schon cool. Okay, gut, wir lassen ihn wieder weg. Äh, ja, zurück, zurück, zurück. So. Äh, nochmal ganz kurz zählen. Wir haben ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Markierungen. Und 8 Dinger fehlen noch. So, ich würde ja noch irgendwie zu der Insel hier hochkommen. Weil, was ist denn das? Da vorliebst du irgendwie auch auf der Map verschiedene Sorten. Ja, das haben wir ja schon gesehen. Das bringt einen nicht weit hin noch nach oben. Deswegen würde ich ja mal versuchen, vielleicht mit dem Ding und dann von da aus müssen wir mit einer Rakete noch hoch. Ob das irgendwie was bringen würde? Wuppala. Oder halt mit einem Gleiter hochfliegen. Ich wusste, der hat nicht so viel Energie. Der müsste ganz viel Energiesphären halt in mich reinballern. Wo ist denn das Ding jetzt hingefallen? Wirst du mit dem Gleiter so hochfliegen und dann immer... Naja. Aber wie soll man denn da hochkommen sonst? Also ich muss doch bestimmt mit dem Gleiter. Guck mal, wie weit das oben ist, ey. Da komme ich niemals so schnell hin. Soll ich es mal probieren? Ne, komm. Ich will gerne die, die... Die Dinger hier machen. Wie komme ich denn... Wie soll ich denn... Äh... Okay, anscheinend glaube ich vom Turm aus, wa? Dann gehen wir mal hier hin. Wir machen heute Fotosession. Muuu-u-u-u-u. Ich hab mich schon wieder ablenken lassen. Ich möchte ja eigentlich immer noch ne zu Zelda ins schwebende Schloss, ja. Hatte aber halt wirklich jetzt gesagt, nein, ich möchte nochmal die Steintafel rätsel. Weil da kriegen wir echt viele Hinweise. Allein schon wegen Minero, dass sie halt irgendwie anscheinend in Objekte sich transferieren kann. Und sie wird höchstwahrscheinlich in unserem Tablet drin sein. Das ist schon alles so richtig Foreshadowing mäßig. Deswegen will ich ja ein bisschen wissen, was da noch passiert. Wee! Alter. So, da sehe ich schon mal das Ding. Da ist es. Ich muss ja natürlich auch trotzdem lange dahin fliegen, ey. Okay. Sorry, Leute. Sorry. Das wird jetzt eine ganz schön lange Reise. Ach ja. Aber was macht man nicht alle, ne? Um irgendwie Zelda zu helfen und die ganzen Heimnisse aufzudecken, friert man hier auch schön mal sich einen ab. Ist doch kein Problem. Das ist trotzdem, wie gesagt, bloß ein bisschen schade, dass Thulin sich nicht schneller auflädt. Obwohl ich ihm diese vier Embleme da eben habe. Ich dachte wirklich, das macht die Ausdauer, aber ich mache die schneller wieder regenerieren. Aber nee. Das ist irgendwie nur, ja, dann ist jetzt Thulin stärker. Mann, der soll ja nicht stärker sein. Der killt bloß mal, der glaubt mir, wo ist die Kills? So, jetzt ist er schön in der Wolke hier verstecken. Oh, ist er schon weit weg, ey. Nein, ich habe ja Ausdauer. Elixiere und alles dabei. Und Thulin und ich, wir fliegen. Ist uns einerlei. Ja, das ist natürlich jetzt, dass ich an ein paar anscheinend vorbeilaufen bin. Das ist natürlich ätzend. Wir hätten anscheinend schon ein bisschen mehr Fotos haben können. Aber ist ja nie so schlimm. So, ich glaube, wir haben jetzt auch die richtigen Markierungen und sowas alles, äh, äh, gesetzt und so. Und dass die Markierung, wenn da steht eine Markierung, ey, sie haben schon eine. Das ist aber wirklich heiß, wir haben die fotografiert. Oder vielleicht heißt das ja auch bloß, ja, sie haben die abgegeben. Und das wäre natürlich richtig doof. So, jetzt müssen wir schnell was snacken. Hab ja mir extra hier Ausdauer gemacht. Guck mal hier, aber nur einmal. Scheiße. Vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen fallen. Äh, hui. So, okay. Wir sind gleich da. Guck mal, da sieht man jetzt auch diese Insel da. Was ist denn das da? Über, über Dings. Wie soll man da hinkommen? Die ist viel zu weit oben. So, aber wir sind gleich da. Wow. Hoppala. So, und ein letztes Mal. Yeah. So, wird der den runterfallen? Äh, ich weiß es nicht. Weil auf jeden Fall schon mal hier ganz schnell die, die Camera. So, hm. Ah, es fällt wirklich drunter. Ach, Mann. So. Foto gemacht. Abgesaved. Waaah. Oh, ich bleibe da draufstehen. Äh, war da ein Album? App, Ausrufezeichen. Alles klar. Waaah. So, dann hauen wir jetzt ab. Äh, ich kann nochmal kurz vergleichen. Nee, ihr seht also, das ist wirklich nicht, noch nicht dieses andere Symbol da. Also, das haben wir jetzt noch nicht abheben. So, dann würde ich jetzt nochmal sagen, gehen wir mal hier hin. Ne, zu dem Ding. Da fliege ich auch mal schnell von hier. Bau mir am besten noch meinen Gleiter, ey. Ratze, Fatz, Mann. Aber das ist natürlich auch so eine kleine Art und Weise, wie ihr euch vorstellen könnt, wie ich dann bestimmt auch denn im Nachhinein die 100% mache. Da immer schon im Vorfeld, ey, nochmal ganz genau. Warum ihr das durchlesen habt, möchte ich denn jetzt in diesem Part schaffen. Ne, welche Nebenquests und so. Und wenn ich dann irgendwann ja keine Nebenquests mehr offen habe, dann würde ich auch mal ein bisschen genauer nachgucken. Nach dem Motto, wenn ich jetzt noch besser vorbereiten, wenn das Spiel eh durch ist. Halt um die 100% schnell und, äh, empfindlich, äh, zu schaffen. Hm? Warte, das war da hinten. Was ist denn das hier? Hätte ich vielleicht da irgendwie nochmal hingekommen? Ne. Oh, meinst du, hier ist ja ein Turm. Verdammt. Da ist ja jetzt ein Turm, da wäre ich jetzt ein bisschen besser da hingekommen. Ne, na gut, was soll's. Hups. Scheiße, ich hoffe, dass ich auf der Minimab meine Markierung nicht sehe. So, ist das Ding jetzt doch ganz schön weit weg? Oder gucke ich einfach nur in die falsche Richtung wieder? Ne. Ich gucke, glaube ich, in die falsche Richtung, ne? Ne, das ist so weit weg. Ne, okay, dann, sorry, Leute, sorry. Dann doch zum Turm. Äh, 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 Was schon muss denn, ich soll vielleicht echt immer, wenn ich das Ding sehe, erst mal auf den Boden gucken, wo ist denn da ein Turm in der Nähe? Das ist nämlich immer sehr effizienter. Viel effizienter. Ich möchte bloß immer nicht, dass noch mehr so eine, so eine Steintafeln abbrechen und unten auf den Boden fallen. Ich weiß doch immer nicht, wenn ich den erschlage, Leute, dann sind die doch alle erschlagen. Ach, das ist halt immer ein Struggle. Jung. Wo ist das? Wo ist das? Hey, das ist aber immer so geil, immer. So, okay. Äh, ich sehe die Markierung nicht, wo... Okay, da, dann. Jung. Vielleicht müssen wir inzwischen landen. Oh Gott, das ist ja so hoch. Warte, das ist ja richtig hoch. Verdammt, da muss ich denn von da, von der Insel aus dann hochfliegen. Oh, warte mal, ich fliege in den Wasserfall rein. Ja, Moment. Der Wasserfall, der, der wird mich retten. Äh, wo haben wir denn meine geile Wasserbuchse? Die ist die mit dem, äh, Wasserfall. Hochschwimmen, genau. So, da weiß ich ja, dass es dann ausreicht, wenn ich da einfach reinfliege. Der macht Link das ja automatisch. Jedenfalls war es im Wassertimple so. Link, jetzt bitte enttäusch uns nicht, Link. Duh. Boah. Oder hat der Ding von Jans oben da hochgekommen? Okay, das ist natürlich krass. So. Jawohl. Ja, da komme ich denn echt hoch mit. Muss ich mir nur was bauen. Oh, Alter, wurde die Fehl weggeweht. So, hups, das wollte ich gar nicht machen. So, sorry. Ich, äh. Oh, Feen. Die brauche ich. Vor allem, wenn ich wieder irgendwelche Bauchklatscher mache. Wann sind hier, warum sind hier oben Enten? Ah, eine Schleichschnecke. So, und ein paar Fröschis. Ja, komm mal her zu mir, du kleiner Frosch. Komm mal her. Sportkröte. Sportlotus ansägt da ohne. Hm. So. Da ist bestimmt noch irgendwas Krasse hier drin im Wasser. Uralter Aruwana. Noch eine geile Frösche. Nochmal ein Maxibarsch. Nochmal Schneckis. Schatzkarte? Ja, alte Landkarte. Richtig für die Schätze, ey. Da oben, ey. Das ist einfach, wir haben da wieder alles gesteckt hier, ey. Alte Karte zeigt dir ein geiles Versteck an. Na gut. Ich baue mir jetzt meinen Gleiter, um da hoch zu fliegen. So, Bub. Äh, Bub. Und, äh, Bub. Cool, ne? Bub habe ich gesagt. Der Gleiter ist einfach das coolste, was es gibt, ey. Das ist richtig geil. Ja, schossen, schossen, schossen. Bingo. Und ruf. Jetzt mal schön nach hinten halten, um hochzufahren. Jawoll, linkfliegt der eh immer höher. Ach, Mann, das ist so cool, dass du einfach das ganze Spiel so durchfliegen kannst. Ihr könnt ja auch immer wieder so eine Energie-Dinger fressen. Dann ist meine Ausdauer wieder voll. Das ist schon witzig, ey. Upsala. So, okay. Jetzt schon mal Kamera zücken. Ihr wisst Bescheid, ne? Ey, sag mal. Das kann doch nicht wahr sein. Das wird mal gleich wieder kaputt geht. So, gucken, ob Ausdauerzeichen drin ist. Ne? Dann ist immer genau Bescheid. So, alles klar. Haben wir. Das ist wieder weg. Egal, wenn du das auf dem Kopf fällt. Ach so, Markierung erstmal wieder wegmachen. Stempel löschen. Sorry. So, was ist denn das hier? Wie soll ich denn da hinkommen? Also von unten schon mal gar... Doch, vom Thom aus. Okay, gut. Thom. Wir kommen. So, dann kommt wir jetzt in dem Part hinkriegen, dass wir ein bisschen alle Fotos haben. Und dann wird ja nochmal eine übelst lange Vorlesesession bei dem Spinner da. Und ob das denn damit zu tun hat, dass wir vielleicht, äh, da man in diese komische, angeblich verbotene Kranzzone da rein dürfen. Ich glaube es immer noch nicht. Ich glaube nicht. So, aber war das, wenn das Ding jetzt auch wieder zu hoch ist? Obwohl der Zeichner ist hier, dann denke ich mal, ist das, äh, ist das erreichbar? Ach, einfach rein. Thom, gucken. Let's go. Oh, das ist ja der Drache. Ist das Zelda? Ne, ist nicht Zelda. Äh, wo ist das Ding jetzt? Das ist wirklich noch weiter hoch. Ne, da hinten. Oh, das ist ja so weit weg, ey. Oh, sind nicht immer alle so weit weg? Und da sind natürlich auch noch dann diese, diese, ja, diese Luftlabyrinthe, ne? Die sind auch immer so eine, auch immer noch so ein Fragezeichen für sich, ne? Ja, weil, frag ich mich auch, soll ich da, soll ich da einfach hochfliegen? Weil das ist sonst zu weit hoch für den Deckensprung und so. Da komme ich doch niemals hin. Natürlich muss man auch erstmal das im Untergrund, erstmal so abschließen, das Labyrinth. Um überhaupt darüber nachdenken zu können. Oh, weil, das klappt nicht. Das klappt nicht. Ach, diese isolierten Dinger, ne? Die sind ein bisschen doof. Ein paar andere sind ein bisschen leichter, weil die sind irgendwie innerhalb von anderen Inseln. Das geht ja schon. Oh, weil, schau ich das überhaupt? Ich kann jetzt nichts mehr zum Ausdauermachen. Ach, Menno. Nein, da wird doch wieder nichts. Dann mache ich Stoßflug und sterbe. Hm, das Master Sword hat seine Kraft zurückerlangt. Super. Tulin, wie findest du das? Findest du... Oh, super, ja klar. Ach, herrje. Ich glaube, das wird nichts. Das, äh, könnte ein bisschen eng werden. Zu eng. Komm, Tulin, noch einmal richtig Schub geben. Tulin. Tulin. Diese Tulin kann einfach so fliegen. Wir sind am Arsch. Ein bisschen, äh, ein bisschen, äh, ach, Mann. Leute, wir werden einfach sterben. Habe ich nicht doch noch irgendwas zu essen dabei? Irgendwas? Oder macht nicht irgendwas hier noch andere normale Ausdauer, wie wenn ich die Pilze einfach so fresse? Komm, Link, du kannst die doch roh fressen. Nee, weil das bringt leider nichts. Ach, herrje. Naja, äh, Absturz. Ich bin nicht wieder weg. Äh, wie komm ich denn denn da hin? Leute, wir wissen ja, denn... Okay, dann ist man woanders hin. Moment, wo haben wir noch? Mal gehen wir aber da hin. Guck mal hier. Hier ist doch richtig viel. Guck mal einfach erstmal hier hin. So. Ich bin... Ich bin hier... Ich weiß da auch nicht. Mein Versuch macht klug. Ne? Das hat einfach nicht geklappt. Das ist zu weit weg. Also, was soll das? Ja, nicht auf den Turm achten. Einfach da hochfliegen. Einfach drunter stellen. Einfach abheben. Fertig. So, hier muss ich jetzt auch erstmal gucken, ob das nicht zu weit oben ist. Ich hole mir, glaube ich, auch nochmal aus der Kapsel ein paar neue Gegenstände. Natürlich ist das mega weit oben. Aber da fliege ich auch wieder hin. Das ist kein Ding. Oder könnte mich auch hier so hinschmeißen lassen von dem Ding hier. Aber nö, nee, ich fliege da hin. Ich fliege. Haps? Ach, schon, wer seht ihr? Ich habe ja auch diese großen Sphären. Und die sind ja auch zeitweise, machen die auch einfach Ausdauer unendlich. Deswegen ist es ja noch geiler denn. Dann kann ich ja einfach richtig krass hochfliegen. Äh, so. Hoppala. Moment. Äh, einer wieder weg. Nein. Ach, er hat das einfach so gemacht. Was soll's? Zim. So, was gab es denn hier nochmal schönes? Hast du irgendwie Raketen? Wenn ich mir so ein Ding finde, müsste ich mich endlich wieder richtig eindecken. Nee, das sind nur Automatik-Transporter. Na gut. So, dann wieder du bitte einmal. Und, äh, zweimal. Dreimal so. Schöne Stapel-Action. Und, ja. Activated. Boom. Abhob. Und dann hebt er einfach ab. Ja, doch. Dann komme ich aber zu dem anderen auch einfach mit dem Gleiter. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schön schnell ist. Wiss ich jetzt nicht, ne? Schnell ist, glaube ich, ein bisschen anders. Wenn wir dann einfach so eine Energiezelle fressen. Und, ja, unendlich Energie für ein paar Sekunden. Und der mit sechs vollen Batterien, das reicht doch aus. Ja, bitte nicht wieder runterfallen. Ob die jetzt eigentlich, die Dinger, die sind ja jetzt, glaube ich, dauerhaft auf dem Boden denn, ne? Die, jedenfalls, die runterfallen. Heißt das denn eigentlich, dass ich die immer benutzen kann, um wieder hochzukommen? Mit Zurückspulen? Wow, wow, wow. So, wieder sicherheitshalber gleich Kamera rausrüsten. Okay, endlich mal wieder was, was nicht kaputt geht. Geil. Steintafel fotografiert. Das ist jetzt die... Gar nicht mal die dritte. So, dann gehen wir noch in der Nähe. In der Nähe ist noch... Erstmal Markierung, erstmal weg. Dankeschön, hat ausgereicht und belöschen. Ich habe doch noch irgendwas hier noch mehr markiert. Genau, das hier ist auch noch... Sieht auch sehr schön sehr nah dran aus. Also hin da. Man, ich wünsche dir, ich könnte meinen Gleiter einfach mitnehmen. Aber es geht nicht, Leute. Mein armer Gleiter. Hm. Gut. Und ja, mit Peen, wie viele Ställe gibt es denn überhaupt nochmal? Aber wir hatten doch auch schon so eine Stelle, da hat sich mal einen Stein gefallen. Zählt das denn auch? Also, ich glaube... Ich glaube, halt würde ich das nicht schon, auch wenn man den Pfad des Helden sich angucken würde. Ich müsste schon überall gewesen sein. Bei allen Stellen. Aber halt... Nicht jeder hatte eine Aufgabe. Nicht jeder hatte eine Quest. Also, ich muss gucken in die richtige Richtung. Ja, so ein bisschen. Also, ist das... Was ist das? Ausnahmsweise mal weiter unten? Äh... Oh, ja, doch. Es ist weiter unten. Sehr schön. Da können wir einfach so mal hinballern. Doch, 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 doch. Trem! Yeah! Okay. Ist auch schön da dran. Gut, die... Ja, und da, die sind Luftklabirint. Ja, die Leute, die hört aber zu irgendwas, da sage ich mir auch von wegen, nee. Das machen wir dann irgendwann später. Außer, dass stellt sich raus. Die hört irgendwie noch zur Hauptgeschichte dazu. Damit die Luftklabirint ist... Oh, das ist ja auch immer... Aha, wo die... Njuu... Na, da haben wir doch gleich die Hälfte aller Dinger. Ist doch, ja... Ne, ein bisschen müßig, aber wird schon... Sind ja doch gut zu erreichen, weil wir einfach schon im Prinzip überall auf der Karte waren. Haben wir so ein paar Convenient-Teleportations-Spots. Deswegen wird doch jetzt hier ein kurzes Ding. Njuu... So, hat's ausgereicht. Immer gucken. Jupp, Ausrufezeichen. So, haben wir doch die ersten vier. Sehr schön, bevor Link wieder abhebt. Erstmal, äh... Stempel löschen. Danke. Okay, dann... Ja, hier muss der jetzt anscheinend richtig weit oben. Aber ich glaube, da hier auch schon was, was sehr weit oben ist. Also wird sich ein Gleiter gebaut und hingeflogen. Sorry, Leute, der dauert auch ein bisschen länger. Aber doch, in einem Part oder zwei Parts, das sind abgeschlossen. Wie gesagt, ich muss dann auch noch schön viel vorlesen. Also möchte ich auch, weil das mich auch interessiert. Was da in Ancient High-Wool so vor sich ging, ne? Ich glaube zwar nicht, dass man irgendwelche Infos für die... Zelda-Timeline entdeckt, aber... Trotzdem, man muss ja immer hoffen. Immer wieder hoffen. Extreme Kälte. Ach doch, nicht für Link. So, ich muss in die andere Richtung gucken. Da in die Richtung. Okay, aber das ist anscheinend... Äh, sind jetzt nur Wolken davor? Ich fliege einfach hin. So, Link, ja, sorry, dass du frierst, Link. Müssen wir jetzt mal so... Da müssen wir jetzt mal durch. Bup, bup. Sehr schön. Link baut immer so schönes Dachen hier hin. Danke schön. Ach ja, ich schon... Äh, doch, das muss ich gar nicht. Wenn ich hier schon mal einen Schrein habe, dann war ich hier auf jeden Fall. So, auf jeden Fall, dass es doch ganz weit oben ist. Ich setze schon mal hoch an. Guck aber... Wann, Link, wo willst du denn hin? Äh, Link, wo fliegst du hin? Flieg mal nach da. Wo ich hinlenke. Ah, da unten ist es ja. Okay, es ist doch weiter unten. Ach ja, ach, ist das wieder kalt, ey, Mann, ey. Jetzt überlege ich, ob ich doch mal ganz kurz einen Abstecher hier runter mache, weil wir hier halt auch überhaupt noch nicht waren. Nee, waren wir hier komplett neu, ja, nicht in dem Hebrai-Beat. Nur den Turm aktiviert, ja, hier oben waren wir denn. Da mussten wir auch hin. Aber, hm, ich brauche ja bloß nur einen für den Herz-Container, ne? Trim, yeah, wow, wow, wow. Richtig, ich mülle hier einfach alles zu. Link vor ein bisschen in so einen Müllberg hier, wow. Okay, ja, so, perfekt. Oh, das ist jetzt aber fies. Das ist nur von einer Seite, oder waren die bisher alle nur von einer Seite fotografierbar? Nee, oder? Ich weiß, dass das jetzt hier extra runterfällt und so. So, okay. Nee, fällt nicht runter. Gut. Foto eingecached. Tada! Fotomodul, super. Fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Noch drei. Nur noch drei. Dann geht mal kurz hier runter, gucken. Nein, das machen wir irgendwann später. Nein, machen wir später. Nein, ich wollte mich nicht ablenken lassen. Ziele, Leute, wir haben Ziele vor Augen. So, jetzt ach ja, hier noch ganz oben drauf. Achso, ne, da muss ich ja... Also, ich hoffe, dass da mal der Turm ausreicht. Bitte. Der Turm, um da hinzukommen. Das ist bestimmt doch ganz am Anfang. Klar, das soll bestimmt auch die erste Steintafel sein. Ah, nee, warte mal, die ist ja auch... Die ist ja sowieso die, die runtergefallen ist, ne? Müsst ihr die nicht fotografiert haben? Ich meine... Ich hier... Warte, das ist jetzt natürlich... Oh, shit, nicht, dass da noch eins fehlt. Ich meine... Oder hab ich die... Hat ich die fotografiert? Nee, ich glaube, genau, die habe ich nicht fotografiert. Ne, die kann ich ja nicht. Sonst hätte ich dir... Wäre da auch ja so ein Symbol drauf. Okay. Das hieß immer bloß mal wegen... Ja, da... Das fiel da runter und man meinte... Äh, jemand meinte, er könnte das dann Kakariko lösen. Wie die immer alle da hingucken. Düm, düm, düm. Außer die sowas, die trainieren. Ach nee, gucken wir auch leider weg. Sehr klar, das wird das hier sein. Äh... Äh, markieren Ausrufezeichen? Kein Detail auslassen. Ähm, ich kann das doch nicht fotografieren. Aber hier ist halt hier eine Markierung, ne? Hier von hier oben. Also, ich würde doch nochmal gucken. Ist da auch vielleicht noch mehr? Ach nee, da wird jetzt einfach so eine leere Hülle da sein. Oh, oh. Dann fehlt mir ja doch noch irgendwo eins. Okay, dann habe ich natürlich jetzt aber eine ernste Markierung wieder weggemacht. Dann muss ich erstmal die abgeben. Und wenn dann noch irgendwie steht von mir, eins fehlt noch, dann... Ah, okay. Suchen wir halt nochmal. Oh, die ist ja richtig klein. Die Insel da, ist das da? Oder halt. Ich, äh... Ich muss gucken. Nee, ist andersrum. Dahin. Wo ist denn das Ding jetzt? Nee, da ist er. Da ist der Tempel. So, die Richtung stimmt. Aber wo ist denn bitte... Hm? Sieht doch weiter oben, nee. Oh, Sternschnuppe, ja. Ja, aber wo ist denn jetzt? Ich meine, ich bin jetzt genau drüber. Ja, dann ist es doch, denn was runtergefallen ist. Aber du musst doch trotzdem irgendwie... Nee, ist doch trotzdem noch was in der Luft noch. Oder kann ich dieses große Ding mal zurückspulen? Nee, ne? Ja, doch, dann ist es die. Hat aber kein Ausrufezeichen mehr, weil ich das doch schon mal abgegeben habe, denn. Wow, 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 wow. Nee, da kommt doch nichts mehr entgegen. Hm. Okay, strange. Sehr seltsam, Leute. Hier ist doch nichts mehr. Aber warte, warum ist denn hier nicht markiert? Okay, Stempel löschen. Hm. Ja, dann gehen wir jetzt woanders hin, ne? Aber kein Detail auslassen, aber... Man kann ja das nicht fotografieren. Ich muss doch... Aber das ist kein Ausrufezeichen. Das heißt, es war schon so. Okay, aber egal. Wir gehen hier eh alles ab. Nach und nach alles abgegangen. Also, ich finde es bloß noch zwei. Zwei Sachen noch. So, das hier, das habe ich da. Ach, da bin ich ja auch nicht hin gegangen, stimmt ja. Oh, da muss ich ja auch von drinnen. Äh. Nee, dann halt, äh... Vom Toben aus. Stimmt, das habe ich ja nicht gemacht. Da war ich zwar erst letztens, ne? Da war ich vor kurzem bald da. Aber dann einfach so zu. Aber warte, ich habe jetzt... Ich habe jetzt irgendwie... Sorge, dass ich doch noch nicht alles habe. Ich gucke mal. Ich gebe den doch erstmal beim nächsten Mal ab. Schön peu a peu. Dann bin ich ganz genau. Steht es auch im Questlock drinnen von wegen. So, jetzt fehlen dir noch zwei. Und dann drücke ich nochmal die Karte danach ab. Ohne Heldenfahrt, weil bräuchte ich ja wirklich nicht. Denn ja, ne? Sorry, Leute. Aber so klappt es ruhig eher am effektivsten. Das wird schon nicht. Wow! So, wo ist denn jetzt das tolle Ding hier? Äh... Oh. Achso, ja, da. Ganz schnell, ganz schnell aufmachen hier den... Den schönen... Äh... Da. Den schönen Fächer. Den schönen... Äh... Willst du halt da schon den Gleiter aufmachen? Das Weg hat leider wieder in so gewöhnlichen Zeitlückengebiet, ne? Der Weg da so hingekommen. Achso, da unten ist es der. Da unten ist es. Da unten. Da sind zwar die Lichter an. Die Lichter. Sie zeigen mir den Weg. Warum hat denn das einfach nicht fotografiert? Warte, aber das habe ich doch fotografiert. Aber warum ist denn da nicht diese Stein-Symbol? Ja, das ist doch das, was runtergefallen ist. Hä? Also das hatte ich fotografiert. Aber halt... Ich habe doch auch schon alles abgegeben. Hm, hm, hm. Warte, das doch... Warte mal, habe ich jetzt... Habe ich jetzt Sachen irgendwie schon gelöscht? Nee, wir hatten doch schon mal so einen... Vorlesepart, ne? Hm. Ich habe jetzt gerade legit Angst, dass ich irgendwie einen Fehler gemacht habe. Dass ich irgendwie jetzt, äh... Doch, obwohl ich das hier fotografiert habe, dass ich das nicht richtig fotografiert habe. Oder dass ich das hier gelöscht habe. Nee, ich habe doch alle bisher gelesen. Ich habe doch extra so gemacht, dass von wegen... Okay, gut, ich, äh... Ich brauche jetzt nichts mehr. Ich gucke mir nochmal nach. Ob da... Also wenn jetzt bei der Steintafel dann auch ein Ausrufezeichen ist. Dann wissen wir es ganz genau. Warte, wo... Was habe ich denn... Wieso? Einfach runtergefallen. Wow. Nicht wieder einen Bauchklatscher machen, Link. Bitte nicht. So. Ich, äh... Habe ich die doch noch nicht abbegeben? Hä? Anscheinend nicht. Okay, ich... Hm. Und ich bin einfach doof. Ah, dann waren wir jetzt nochmal hier. So, jetzt bin ich aber sehr, sehr ängstlich. Ich habe jetzt... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs... Sechs Bilder. Ja, und ich gebe die jetzt mal alle ab. Um auch wirklich die Gewissheit zu kriegen, dass dann überall dann so eine Markierung erscheint. Und dann gehe ich halt nochmal dahin, wo überall keine Markierung ist. Hä, ist aber richtig hier... Was ist denn los mit mir? Ich weiß da auch nicht. Ich brauche immer so eine Zwischenschutz. Ich kann mir das alles nicht mehr merken, Leute. Hm, hm, hm. Einfach zu alt, Leute. Mann, ey, Mann, ey. Das ist doch nicht wahr. Warum? Aber ihr verzeiht bitte. Ja, ne, Leute, klar. Die Geschichte, die wir bestimmt erfahren, die wird das alles wieder rausreißen. Denkste. Steht am Ende eh nur, was wir alles schon wissen. Erfahren wir einfach nur nochmal, doppelt und dreifach. Alles, was ich eigentlich wissen will, vor allem wegen dem komischen Kranzruin. Das bleibt weiterhin ein Mysterium. Ja, ja. So, da ist ja der Typ hier. Unten wartet er schon. So, dann lese ich einfach mal alles vor. Toppala. Okay, na, Typie? Ich habe ganz viele neue Bilder für dich. Guck mal, hier hängen ja gerade mal vier. Ja, vier hängen ja hier gerade mal nur. Aber da habe ich jetzt... Ja, ich glaube noch nicht alle abgeben, ey. Nun, wie sieht es aus? Hast du neue Steintafeln gefunden? Es fehlen noch acht weitere Steintafeln. Ich habe noch welche. Natürlich kannst du dich auch verlassen, belohnt zu werden. Du hast noch ein Bild? Dann zeig mal her, bitte. Da, lies mal durch. Oh, gut, lass mich mal übersetzen. Oh, ja. Kein Zweifel, wir haben hier ganz klar eine Nachricht von den Epos über Haimul. Jupp, also wenn ich als folgendes übersetze, steht da. König Rauru, so weise und doch kühn, schleicht sich zuweilen von seiner Hofe auf zur Jagd. Königin Sonia, ihm in Weisheit gleich, weiß um seinen Drang und ruft ihn stets zurück zur rechten Zeit. Eine Göttin gleich durchschaut sie Rauru, ihrem Gemahl und lässt ihn scheinen wie einen vom gemeinen Volk. Diese Art gezähmt umspielt ein Lächeln seine Lippen, als wollte er sagen, du stehst über mir, o meine Königin. Doch auch Sonia ist ihm im Herzen gar nicht grimm und trägt ihre Mahnungen mit neckischer Freude vor. Oh. Ja, so steht das da geschrieben, ich kann's kaum fassen. Diesem Text zufolge hat König Rauru gelegentlich seine königlichen Pflichten in den Wind geschlagen, um jagen zu gehen. Ja, seine animalischen Instinkte. Ich dachte immer, er wäre ein strenger, ernsthafter König gewesen. Doch es gab wohl auch noch eine andere Seite an ihm. Nun, dass Königin Sonia ihn immer einen Schritt voraus war und Rauru dann zurückholte. Sehr gut. Und wenn man die Umstände bedenkt, hatte dies sicherlich das Potenzial zu einer Größe, zu einem größten Skandal. Doch der Text klingt fast schon fröhlich. Dies alles wirkt sehr viel ungezwungener, als wir es von Königen erwarten würden. Vielleicht war das ja auch zu einer Zeit so, war einfach so damals, ne? Ein wahrlich faszinierender Einblick. Solch ein Zeugnis über die Aktivitäten der Königsfamilie findet man sonst nirgends. Welch einzigartige Informationsquelle. So, dann nimm doch bitte mal den Cash. Yeah. Hey, Roni, schon der Gedanke an derart kostbare Sachen lässt mich wieder in Verzückung geraten. Noch sieben weitere Steintafeln. Hast du noch mehr? Ein andermal, ich muss erst mal den Part beenden. Ach, welche spannende Zeiten, Mann. Ich danke dir sehr. Ich hänge mal kurz das Bild wieder auf, ne? So, auch schön die Reihenfolge wieder. Alles klar, bitte verzeiht, dass ich ein bisschen gedauert habe, ne? Leute, ich hoffe, ihr verzeiht mir auch wieder, ne, dass es wieder ein bisschen heute holterdiepolter war. Bisschen hin und her, ich weiß, aber beim nächsten Mal machen wir dann alles komplett. Ich lese jetzt die ganzen vor, die ich noch habe. Und das wird halt abgeschlossen, obwohl die letzten zwei, die da noch sein müssten, ne? Und dann gucken wir mal Pins Stallmission und dann wirklich ab zu Zelda ins Schloss. Ciao, ciao!